Hallo, ich bin der Christian von der Bauunternehmung Uwe Baumgartner. Ich arbeite hier als Maulermeister und poliere. Ich habe von der Firma Halden ein Simplexhammer geschickt bekommen. Oh, sehr schönes Teil. Das neue Arm-Schonhammer ist jetzt, wie man hier sieht, und der Aufsatz, dass man den jetzt praktisch theoretisch aufstellen kann. Ich freue mich schon auf den ersten Einsatz mit dem. Ich setze hier Blockstufe. Hier habe ich einmal einen weichen Aufsatz, hier einen etwas härteren. Ich nehme hier dafür den etwas härteren. Wir haben in der letzten Woche hier von Halder einen Simplexhammer zum Testen, und zwar das neue Modell, hier mit Standfuß. Hier kann man natürlich beim Setzen der Blockstoßen zum Einsatz und auch beim Pflastern zwei verschiedene Aufsätze. Einmal hier das Schwarze, das ist ungefähr, würde ich sagen, die normale Härte. Das Blaue ist jetzt eher etwas weicher, also eignet sich auch hier ganz gut und auch ganz lastig. Da konnte man hier wirklich gut Druck aufheben, also hat wirklich einen guten Eindruck gemacht. Super Hammer!